Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, machen Sie mit, bleiben Sie fit. Grüezi miteinander. Ja, das wäre doch schon mal gar kein schlechter Neujahrsvorsatz. Das muss ja nicht gerade ein Skimarathon sein. Und GOP hat für Sie Langlauf-Ski paratet von den ganz grossen Qualitätsmarken wie Track, Fischer und Rossignol. Und mit diesen Non-Wag-Ski sind Sie unabhängig von allen Schneeverhältnissen. Eben, weil man sie nicht mehr wachsen muss. Der Track Langlauf-Ski bei GOP ist ein sehr erfolgreiches Modell. Mit einem Schuppenbelag, welches verschiedene Tests mit sehr gut bestanden hat. Der Fischer Crown bei GOP ist ideal abgestimmt zum Steigen und Gleiten. Dank einem Belag mit dem speziellen Fischer Kronenschliff. Und das bewährte Rossignol-Modell bei GOP hat den Belag mit den strapazierfähigen Feldstreifen. In allen grossen GOP-Centern und in den GOP-Warenhäusern finden Sie jetzt alles, was Sie zum Langlaufen brauchen. Wie zum Beispiel die geeigneten Handschuhe, Tasche, Schuhe und so weiter. So, jetzt kommen wir zur Fitnessinformation von GOP in Zusammenarbeit mit der Schweizer Sporthilfe, dem Fit-Tipp. Das mal mit dem Karl Lustenberger, dem Sieger der nordischen Kombination Holmenkolle 1979 und der sechste an der Olympiade 1980. Guten Abend miteinander. Die folgende Übung ist eine gute Vorbereitung für das Langlaufen. Wir knallen ab und strecken abwechselnd das linke und das rechte Bein hinten hoch. Gegengleich haben wir die Arme über den Kopf in die Höhe. Und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei. Die Arme und die Beine möglichst gut strecken. Diese Übung ist gut für die Beweglichkeit der Wirbelsäule und der Schulterpartei und fördert die Rücken- und Gesäßmuskulatur. Und jetzt mache ich mit, jeden Morgen vor dem Morgen auf Wiedersehen. Dankeschön, Karl Lustenberger. Und Ihnen wünschen wir jetzt schon viel Ausdauer. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir möchten uns noch ganz herzlich bedanken für das Vertrauen, was Sie im letzten Jahr entgegengebracht haben. Hoi! Dankeschön. So, wir wünschen Ihnen ein gutes neues. Und einen schönen Abend.